Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren PAJUNK-Webinar. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder so zahlreich teilnehmen und somit zu dem Erfolg der Webinare beitragen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Steffen Däubel und ich bin der für Hessen und große Teile von Rheinland-Pfalz zuständig Vertriebsmitarbeiter der Firma PAJUNK und habe heute das Vergnügen, Sie durch die Veranstaltung zu begleiten. Das heutige Webinar lautet Macht Sonografie die Regionalansthesie sicherer und wird von Herrn Privatdozent Dr. Büttner gehalten. Herr Dr. Büttner arbeitet als Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen und verantwortet auch die wirklich sehr interessanten und zweimal im Jahr stattfindenden Göttinger Sonografie- und Kadaverworkshops. Sollte Interesse an einem der Kurse bestehen, so habe ich mir sagen lassen, dass der Februarkurs bereits mit einer Warteliste ausgebucht ist und noch ein paar wenige Plätze im Novemberkurs verfügbar sind. Kurz noch zum Ablauf des Webinars. In der Regel dauern diese ca. 30 bis 45 Minuten. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, über den Button der F&A-Funktion, die Sie unten auf Ihrem Bildschirm sehen, Fragen an Herrn Dr. Büttner zu stellen, die ihn gerne im Anschluss beantworten wird. So, nun genug geredet. Ich wünsche uns einen interessanten Vortrag und übergebe das Wort an Herrn Dr. Büttner. Herr Deufel, kann man alles sehen, mich hören? Ja. Okay, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einführung zu dem heutigen Thema. Macht Sonografie die Regionalanäste sicherer? Und ich würde gleich einmal mit einer kleinen Umfrage starten. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie periphere Nervenblockaden bei Ihnen durchführen. Das heißt, ob Sie die überwiegend ultraschallgesteuert durchführen und ich vielleicht hier gleich bei Eulen nach Athen trage. Oder ob ich Sie noch ein bisschen überzeugen kann, wenn Sie überwiegend mithilfe peripherer Nervenstimulationen die Blockaden durchführen. Oder vielleicht auch die Kombination aus beidem, also die Dual Guidance. Während Sie abstimmen können, würde ich schon weiter fortfahren. Die Sonografie in der Regionalanästhesie hat in den letzten 20 Jahren es eigentlich zum Goldstandard geschafft. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir weg von diesen zwei Kubikmeter, ich nenne das mal zwei Kubikmeter Sonomaschinen gekommen sind, die ein eher mäßiges Bild gemacht haben, mit denen man nicht zuverlässig vielleicht die Blockaden durchführen könnte. hin zu tragbaren, portablen, mobilen Geräten, die man natürlich im Rahmen des Anästhesie-OP-Geschäfts problemlos von einem Saal in den anderen bringen kann, die auch eine deutlich bessere Bildqualität haben und die wir problemlos jetzt überall und vor allem auch schnell einsetzen können, die relativ schnell hochfahren und damit jederzeit nutzbar sind und ohne Probleme. Wir haben in der Umfrage, die jetzt zu Ende ist, dass 67 Prozent überwiegend Ultraschallgesteuert ihre Blockaden durchführen, drei Prozent mit peripherer Nervenstimulation das überwiegend tun und 30 Prozent in Dual Guidance. Also ich hoffe, dass sich also offene Türen einrennen. Wenn man sich jetzt fragt, ob Sonographie die Regionaleinste sicherer macht, würde ich persönlich immer antworten, ja, weil das ist eine Echtzeitmethode. Also ich sehe ja direkt, was ich tue, wo ich bin, wie ich die Nadel bewege, wo ich hinsteche, was im Weg ist. Ich kann also kontinuierlich meine Zielnervenregion visualisieren. Ich habe die Nadel immer im Blick, also das, was ja sozusagen einen Schaden auslösen könnte. Die Nachbarstrukturen sehe ich, Gefäße, andere Nerven vielleicht sogar oder die Lunge, kann also den Punktionsweg planen. Und wenn ich etwas indiziere, sehe ich das auch sofort. Wie es sich verteilt, verteilt es sich mit wenig Volumen direkt um den Nerv herum oder bin ich vielleicht eine Faszinschicht zu weit daneben und kann damit wahrscheinlich auch die Dosisreduktion vom lokalen Ästhetikum gewährleisten. Und wenn ich sehe, dass ein Nerv 100% umspült ist, ist es ja immer eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er auch letztlich betäubt ist, sodass ich, wenn ich 100% mir sicher bin, der Nerv ist umspült oder die Nerven, damit auch eigentlich auch immer davon ausgehen kann, dass ich Erfolg habe. Also die Steigerung der Erfolgsdrate, davon wäre eigentlich auch auszugehen. Und grundsätzlich ist die Sonographie natürlich ein Verfahren, was keine Nebenwirkungen im Prinzip hat. Es kostet auch kaum noch was, wenn man diese Geräte einmal angeschafft hat. Also keine wesentlichen Unterhaltungskosten. Es besteht keine Strahlenbelastung und ist für den Patienten auch nicht schmerzhaft oder unangenehm, wie es vielleicht die peripheren Nervenstimulation ist. Sodass ich eigentlich vom Prinzip her sagen würde, ganz klarer Daumen nach oben, die Sonographie ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, die Regionalanästhesie besser und sicherer zu machen. Aber was hilft es ihnen, wenn ich das jetzt behaupte? Und deswegen, wonach man ja immer ruft und was man immer sehen will, ist die Evidenz dafür. Und da will ich sie die nächsten Minuten durchführen und das Ganze an den Komplikationen für Regionalanästhesieverfahren als Parameter aufhängen, die wir ja auch bei den Aufklärungsgesprächen den Patienten erzählen. Also die in den klassischen Aufklärungsbogen Bögen letztlich aufgeführt sind. Was passiert kann, wenn man eine peripherische Regionalanästhesie durchführt? Wir können aus Versehen Gefäße punktieren und im schlimmsten Fall Blutung oder Blutergüsse verursachen oder vielleicht sogar intravasal das Lokalanästhetikum applizieren und damit Lokalanästhetika-Interpoxikation hervorrufen. Wenn wir Nerven beschädigen, kann es natürlich zu vorübergehenden Lähmungen kommen, aber auch von benachbarten Nerven, die wir vielleicht aus Versehen mitbetäuben. Das ist natürlich gerade am Hals bei einer engen topografischen Anatomie ein hohes Risiko, dass wir also zum Beispiel ein Horner-Syndrom auslösen bei einer interskalinellen Plexusblockade. Natürlich auch an der oberen Extremität immer die Gefahr, dass wir das Rippenfell verletzen und Stormotorax verursachen und damit Atemstörungen hervorrufen. Und ich glaube, die häufigste Komplikation ist, dass die Methode nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und wir dann eben konvertieren müssen oder etwas additiv dazugeben müssen, intravenös, weil die Methode eben versagt hat. Und die größte Sorge wahrscheinlich sind Nervenschädigungen, die dauerhaft sind, dass wir da an der Stelle Nerven wirklich schädigen und dann entsprechende Sensibilitäts- oder gar motorische Störungen auslösen. Und um auch hier einen Überblick zu bekommen, wie bei Ihnen oder welche Komplikationen häufig sind oder welche Sie schon häufig gesehen haben, da ja ein paar Komplikationen vielleicht sehr selten sind, habe ich jetzt hier mal, dass Sie vielleicht so mehr als drei Fälle erinnern können. Welche und natürlich, ob die auch wirklich eine Relevanz für Patienten haben. Also ein Bluterguss oder eine Blutung, dass man mal Blut aspiriert, ohne etwas zu injizieren, denke ich, hat in aller Regel keine große Konsequenz für Patienten. Aber da würde ich Sie bitten, auch einmal abzustimmen, welche Komplikationen Ihnen schon begegnet sind. Ich würde parallel wieder weiter fortfahren und die vaskulären Komplikationen einmal durchgehen, wie hier die Sonografie eventuell positiv Einfluss nimmt. Das ist beschrieben die häufigste Komplikation neben den Parastosien. Und die Sonografie, denke ich, kann hier ein gutes Hilfsmittel sein, um eben einfach auch die Gefäße darzustellen, um hier den Zugangsweg eben zu planen und an den Gefäßen vorbei punktieren zu können und eben nicht blind in den Patienten punktieren zu müssen und dann eventuell doch eine Gefäßpunktion durchzuführen versehentlich. Vorausgesetzt ist natürlich, dass man die topografische Anatomie kennt. Das heißt, wie jetzt hier rechts im Bild zu sehen, die supraglavikuläre Plexusblockade, wo natürlich neben der Arteria subclavia auch ein Gefäßabgang jetzt hier die Arteria dosale scapulia abgehen kann. Und wenn ich jetzt den Plexus hier umspülen möchte, habe ich natürlich mit der Sonografie die Möglichkeit, das einmal zu sehen und auch die Nadel zu versuchen, darum herumzuführen, um eben keine Gefäßpunktion auszulösen. Dafür muss ich aber auch vielleicht auch wissen, dass hier die Arterie im Weg sein könnte. Habe aber mit der Sonografie eben auch die Möglichkeit, mir vorher in Ruhe zu überlegen, wo würde ich entlangstechen und wie komme ich vielleicht um das Gefäß herum. Und hier in der Stelle, denke ich, auch ein Vorteil, da die Arterie ja auch eine gewisse Trennung zwischen den Plexusanteilen hervorruft, und dass ich dann auch den Plexus komplett umspülen kann, eben um die Arterie herum. Da gibt es relativ eindeutige Daten, dass, wenn man die Sonografie nutzt, hier in dieser Cochrane-Analyse, bei peripheren Nervenblockaden und auch bei einer groß angelegten Studie schon relativ früh, also 2013 und 2015, das Risiko, einmal im Outspray schon einmal im relativen Risiko, deutlich verringert wird, wenn man eben die Sonografie nutzt für vaskuläre Komplikationen, also Gefäßpunktionen. Also eine deutliche Risikoreduktion mithilfe der Sonografie und damit eine Überlegenheit des Ultraschalls zur peripheren Nervenstimulation, wenn es um diese Komplikationen angeht, sodass wir hier, denke ich, problemlos einen Haken hintersetzen könnten. Die nächste Komplikation, auf die ich eingehen will, ist die lokale Anesthetika-Intoxikation. Hier ist die für den Patienten resultierende, das resultierende Problem, was natürlich relativ schwerwiegend ist, ein Krampfanfall oder gar ein Herzkreislaufstillstand, natürlich eine schwerwiegende Komplikation für den Patienten, also unbedingt zu vermeiden. Und Risikofaktoren sind hier natürlich einmal die Injektionsstelle, wie wir gerade gesehen haben, an der oberen Extremität sind natürlich einige Gefäße durchaus im Weg, die man aus Versehen punktieren und damit dann intravasal applizieren könnte. Oder Blockaden, wo ich eine hohe lokale Anesthetika-Dosierung brauche, wie zum Beispiel die Paragate-Boral-Blockade, dass ich dann eine schnelle Absorption von dem Lokale Anesthetikum in den Kreislauf habe. Auch hier wieder, dank des Ultraschalls, gibt es wirklich sehr viele Studien, die sich in der Menge, die man zum Beispiel für eine axilläre Plexus-Blockade braucht, praktisch unterbieten, dass man nur ein Milliliter zum Beispiel pro Nerv braucht oder drei. Ob das jetzt klinisch immer problemlos umsetzbar ist, sei dahingestellt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass man mit der Sonographie, weil man eben sieht, wie die Lokale Anesthetiker sich verteilen, die Menge an sich deutlich reduzieren kann im Vergleich zu vorherigen Methoden. Dann bleibt natürlich wissenschaftlich noch die Frage offen, ob man damit auch den Mechanismus für die Nebenwirkungen beziehungsweise die Intoxikation tatsächlich auch reduzieren kann. Und da gibt es relativ große Übersichtsarbeiten innerhalb der letzten 15, 20 Jahre, die man sich hier anschauen kann. Und 2010, also wahrscheinlich die Zeit zwischen 2000 und 2010 oder 2005 und 2010, ist hier kein Vorteil für den Ultraschall nachweisbar gewesen. Sowohl in der amerikanischen Übersichtsarbeit als auch in der australischen gab es 0,1 Prozent für alle Verfahren gleichwertig, dass hier eine Lokale Anesthetikerintoxikation aufgetreten ist. Und je weiter die Zeit jetzt vorangeschritten ist, im letzten Jahrzehnt, ist immer mehr eine reduzierte Inzidenz nachweisbar und damit ein Vorteil für den Ultraschall, wenn es eben um die Lokale Anesthetikerintoxikation geht. Und in den Einzelstudien sieht man, dass hier doch um deutliche Zehnerpotenzen sich auch dann das Risiko unterscheidet. Und 2018 in dieser groß angelegten Studie von Mölnig sind bei 17.000 Peripheren Nervenlokaden mit Ultraschall gar keine Lokale Anesthetikerintoxikation aufgetreten, während bei den 6.000 Peripheren Nervenstimulationen wir bei den 0,1 Prozent gelandet sind, die wir, und das als Hinweis, 2010 ungefähr auch schon hatten. Also ist davon auszugehen, dass wir eventuell in diesem Zeitraum, dass kein Unterschied nachweisbar war, da natürlich auch die Geräte von der Technik her noch anders waren. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass im letzten Jahrzehnt da nochmal einen praktischen Quantensprung in der Darstellung Ultraschall-gesteuert stattgefunden hat und man eine viel bessere Technik zur Verfügung hat. Und natürlich auch, wird auch jeder durchgemacht haben, dass es eine gewisse Lernkurve braucht, bis man eben hier problemlos Ultraschall-gesteuert periphere Nervenblockaden durchführen kann. Sodass das hier wahrscheinlich das allgemeine Risiko für die Lokale Anesthetikerintoxikation ist. Und mit peripherem Nervenstimulationen ist man hier sozusagen immer noch, während man mit der Ultraschall-gesteuerten Nervenblockade eben das erheblich reduzieren kann. Also starke Hinweise, dass das funktioniert. Wahrscheinlich infolge der Dosisreduktion, die möglich ist und der Reduktion akzidenteller Gefäßpunktion. Also auch hier würde ich einen eindeutigen Haken hintersetzen, dass Sonografie hier einen sehr positiven Einfluss hat. Wir haben jetzt sehr viel über Gefäßpunktionen und Lokale Anesthetikerintoxikationen geredet. Und das spielt oder ist sicherlich bei, also es ist ja von der Blockade abhängig. Und die respiratorischen Komplikationen spielen sich ja auch logischerweise überwiegend an den Blockaden der oberen Extremität ab. Sodass ich hier nochmal ganz kurz auf die Anatomie und die Probleme, die daraus entstehen, eingehen will. Sie sehen den Hals von Ventral auf der rechten Seite, den Plexus Brachialis, wie er gerade durch die Skalenus-Lücke durchgeht, zwischen Skalenus Medius und Skalenus Anterior. Und dann, sobald er durchgetreten ist, jetzt auf der linken Seite, beziehungsweise linken Körperseite des Präparates, in Anführungsstrichen, dann sich relativ schnell aus den Spinalnerven C5 bis TH1 die Trunki superior medius inferior bilden und die Arteria subclavia als Orientierungsstruktur auch durch die Skalenus-Lücke am Boden hindurch tritt und über die erste Rippe hier wandert. Die Vena subclavia ist ein Stück weiter Ventral und ist meistens nicht im Bild. Die respiratorischen Komplikationen resultieren ja jetzt daraus, dass logischerweise irgendetwas schief geht und wir jetzt zum Beispiel akzidentell die Nervus Phrenicus, die auf dem Skalenus Anterior läuft, blockieren, den Nervus Laryngius Recurrence, der in der Tiefe des Halses verläuft, am Larynx natürlich, die vielleicht Pneumothorax verursachen durch die Punktion der Pleurakuppel oder, und das ist, denke ich, hauptsächlich für Nervenkatheteranlagen ein Problem, im schlimmsten Fall sogar intratikal oder epidural injizieren. Und an der Stelle soll auch erwähnen, dass natürlich auch das Horner-Syndrom und eine Vertebrale-Syndromkade durchaus möglich sind. Das sind jetzt keine respiratorischen Komplikationen, aber was auffällt, und deswegen der Hinweis zur topografischen Anatomie, alles ist medial der Skalenus-Lücke und medial des Plexus Brachialis, sodass eine klare Empfehlung resultiert, unbedingt lateral die Indektion an den Plexus Brachialis zu setzen. Also hier sind C5, C6, C7, hier ist der Skalenus Anterior, hier Medius, sodass hier die Lokalanesthetiker-Entroxikation stattfinden soll, um eben hier die genannten Strukturen nicht mit Lokalanästhesie zu umspülen und diese akzidentellen Lokaden hervorzurufen. Deswegen sollte man sich natürlich vorher die Region des Plexus Brachialis genau ansehen. Und wie findet man den am besten oder am sichersten? Da gibt es die Trace-Back-Methode, die den meisten wahrscheinlich bekannt sein dürfte, dass sie superclavikulär die Arterie subclavia, auf die ich hier gerade zeige, als Orientierungspunkt nehmen und dann den Plexus Brachialis, rechts im Bild ist lateral, links im Bild ist medial auf dem Sonografie-Video, das jetzt gleich startet, den Plexus Brachialis so als Zipfelmütze auf der Arterie sehen, wie er hier gerade über die erste Rippe drüber gelaufen ist und hier unten die Pleura. Und von der Stelle, wo man den Plexus Brachialis eben gut sieht, kann man ihn dann problemlos nach oben zurückverfolgen. Und das Ganze nennt sich eben Trace-Back, dass ich jetzt am Plexus Brachialis nach oben fahre und sehe, wie die Plexusstrukturen hier in die Skalenuslücke rutschten und hier in der klassischen Position der oft beschriebenen Perlenkette dann am Ende gelegen waren. Sodass ich im Optimalfall diese klassischen Vogelschwingen sehe, also zur Orientierung jetzt bei diesem Sonografie-Bild, links ist medial mit dem Sternocleidomastideus und der Vena jugularis und dann lateraler von der Skalenus anterior und der Skalenus medius und dazwischen in der Lücke die Plexusanteile, hier ist gelb und oben drüber der C5, die C5-Spinalnervenwurzel und die Vogelschwingen, also die Faszien der beiden Skalenusmuskeln. Allerdings und deswegen der Rat, das Ganze mit dieser 2D-Methode sozusagen dreidimensional abzuscannen, kann es sein, und das ist jetzt in diesem Bild gut zu sehen oder in diesem und dem nächsten Bild, dass es eine Separation des Plexus Brachialis gibt. Das ist die proximale Schallkopfposition bei diesem Patienten. Sie sehen wieder den Sternocleidomastideus und die beiden Skalenusmuskeln. Hier C5 und hier die Plexusstrukturen, die oberen. Und dann fällt aber auf, dass hier auch noch irgendwie eine Lücke zu sein scheint. Und wenn man jetzt den Schallkopf nach Distal bewegt, kann es eben sein, ist bei diesen Patienten dann die Trennung sichtbar, sodass offensichtlich hier die unteren Anteile durch die eigentliche Skalenuslücke gehen, hier mit dem Stern markiert, und die oberen Anteile durch den Skalenus anterior. Also hier der dringende Empfehlung, die Skalenuslücke abzufahren und zu gucken, wo die Plexusanteile wirklich sind. Denn das ist gar kein so seltenes Ereignis, wie hier auch bei dem Körperspender zu sehen, aus einer unserer Studien, wo man eben jetzt von ventrolateral links auf den Hals beziehungsweise dem Plexus Brachialis die Skalenuslücke draufblickt und hier die Troncosuperior, Medius und Inferior sieht, hier Arterie und Vene. Und zu erkennen, auch hier die oberen Anteile gehen, also der Troncosuperior geht durch den Musculus Scalenus anterior, durchbricht den und die eigentliche Skalenuslücke ist hier weiter lateral und der untere Anteil des Plexus Brachialis geht durch die eigentliche Skalenuslücke. Auch zur Orientierung natürlich wichtig, dass ich den Nervus Suprascapularis, der ja für die Schulterchirurgie extrem wichtig ist, weil er die Gelenk-Haut sensibel versorgt, also den sollte ich immer mit, betäuben. Andererseits will ich auch nicht zu weit nach oben gehen, weil dann natürlich der Nervus Rhenikus zwischen Plexus Cervicalis und Plexus Brachialis abgeht und eben auf dem Skalenus anterior verläuft. Also will ich hier, wenn ich mich orientiert habe, eine optimale Position finden und natürlich auch immer C5, also Nervus Suprascapularis, mit erwischen, wenn es um Schulterchirurgie zum Beispiel geht, weil das die eigentliche Zielregion natürlich erstmal darstellt. Das ist tatsächlich kein seltenes Ereignis, dass es so eine Teilung gibt in dieser Studie mit anderen Körperspendern. ist das hier sehr, sehr häufig sogar aufgetreten, also fast in 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent der Fälle hat hier eine Teilung des Plexus Brachialis stattgefunden. Es kann natürlich sein, dass wenn Sie dann nach unten gehen, in der weiter unten liegenden Skalenus-Lücke tatsächlich auch alle Anteile wieder liegen. Aber je nachdem, wo Sie eben dann sich entscheiden zu punktieren, wenn Sie Pech haben, sind Sie eben da mitten im Skalenus-Anterior und erwischen vielleicht nur die oberen oder im schlimmsten Fall nur die unteren Anteile und die Schulter bleibt entsprechend sensibel. Bei dieser Orientierung gibt es noch eine Möglichkeit, sich wirklich ganz genau festlegen zu können, welche Spinalnervenwurzel habe ich jetzt gerade vor mir und da helfen die Querfortsätze der Wirbelkörper. Wenn Sie hier den Halswirbel sehen und auf der hier zur Mitte gewandten Seite des Halswirbelkörpers den Querfortsatz nicht ansehen, haben Sie immer ein Tuberkulum-Anterior und ein Tuberkulum-Posterior. Und dazwischen ist der Spinalnerven-Sulkus und die sind unterschiedlich geformt. Bei dem C5-Wirbel sind die relativ gleich groß und dahinter oder beziehungsweise vor dem Nerven geht die Arteria vertebralis durch das Vorrahmen des Wirbelkörper-Querfortsatzes und die tritt ja auch für C7 in die Halswirbelsäule sozusagen ein, sodass sich die entsprechenden unterschiedlichen Wirbelkörper-Querfortsätze für C7, C6 und C5 ergeben. C5, hatte ich ja gesagt, sind beide gleich groß. Bei C7, der insgesamt sehr, sehr viel größere Wirbelkörper, fehlt das vordere Tuberkel, weil da eben die Arterie entlang muss und sozusagen kein Platz für das vordere Tuberkel ist. Und beim C6-Wirbelkörper haben sie ein großes vorderes Tuberkel, das auch Tuberkulum caroticum genannt wird, weil da embryologisch die Arteria carotis immer liegt und da sozusagen Druck- und Reibungspunkte entstehen und sich da ein großer Knochenpunkt entwickelt. Im Video sieht das so aus. Sie haben hier links medial, rechts lateral und in gelb gerade zu sehen den Plexus brachialis, der hier jetzt von dieser distalen Position nach proximal der Schallkopf durchgeht. Und Sie sehen ganz unten C7 mit der Knochenlinie von dem entsprechenden Wirbelkörper. Hier C6 mit dem großen, links im Bild liegenden Tuberkulum caroticum und C5 mit den beiden gleich großen Tuberkeln. Wie eine Engelsfigur, sagen manche, oder auch Mordor sein in Anlehnung an Herr der Ringe. Und jetzt geht das Video gleich nochmal von vorne los. Hier nochmal zur Orientierung. Die klassische Skalenuslücke. Und wenn Sie jetzt nach proximal gehen, Arteria vertebralis, C7 und der Wirbelkörper dazu, ohne vorderes Tuberkel. Bei C6 das große vordere Tuberkulum caroticum und bei C5 die Engelsfigur, beziehungsweise C5 ist sozusagen der Kopf des Engels und die Tuberkel sind die Flügel des Engels, die schwingen. Und so kann man sich jetzt am Hals gut orientieren und die einzelnen Segmente sich herausfinden, wo die langlaufen. Und wenn man das konsequent macht, sieht man eigentlich auch immer sofort, wenn es eben so eine Teilung gibt. Und dann kann man sehr gut planen, welche Strukturen ich umspülen will, damit ich eine vollständige Blockade auch habe. Also allgemein empfohlen eine laterale Injektion an den Plexus brachialis. Damit erreiche ich auch natürlich hier wieder, dass ich die Volumina deutlich reduzieren kann, weil ich natürlich sofort sehe, dass vielleicht auch schon 5 Milliliter ausreichen, um die C5, C6 und C7 entsprechend zu umspülen. Und meine Erfahrung ist, wenn man wirklich nur 5 Milliliter gebraucht hat bei schlanken, zierlichen Personen, alles, was man dann noch darüber hinaus indiziert, eigentlich nur in der Tiefe irgendwo hinläuft, wo man es nicht braucht und die Patienten dann hinterher heiser oder mit einem Horner-Syndrom aufwachen. Also wenn Sie sehen, dass es ausreichend umspült ist, dann kann man auch stoppen und muss nicht weiter indizieren. Der Ultraschall erlaubt jetzt bei den respiratorischen Komplikationen wie dargestellt, dass ich das alles erfüllen kann und mir ein optimales Bild vom Plexus brachialis machen kann und sogar bei manchen auch den Nervus phrenicus mir hier tatsächlich darstellen kann. Aber meistens brauche ich es gar nicht, weil es reicht schon zu verhindern, dass eben hier unterm Skalenus anterior unter der Fasze das Lokalanästhetikum langläuft, weil da der Nervus phrenicus läuft und ich den so natürlich entsprechend schonen kann. Und auch in den Studien, die jetzt unten rechts aufgeführt werden, auch renommierte Journals, wo das veröffentlicht wurde, eine deutliche Reduktion von phrenicus paresum von 90 auf 20 Prozent. Ich denke, das kann sich sehen lassen, sodass man hier die Reduktion nachweisen, als nachgewiesen betrachten kann und damit auch einen Haken hintersetzen kann für diese respiratorischen Komplikationen. Beim Pneumothorax ist vor allem ja die superklavikuläre Blockade ich sage mal der Favorit, wo das passieren kann. Früher 6,1 Prozent aller Blockaden ist das passiert. Also vor der Ultraschall-Ära und mit Ultraschall sind wir jetzt 2014 bei 0,04 Prozent angelangt. Also auch eine unglaublich große Reduktion von dem Spanumothorax-Risiko, weil ich eben die Pleura sehe und die Nadel im besten Fall natürlich immer im Blick habe, vor allem die Nadelspitze, und damit automatisch verhindern kann, dass eben die Punktionsnadel in der Pleura landet und ich damit einen Pneumothorax verursache. Also auch hier ein eindeutiger Haken dahinter. Das Ärgerlichste ist ja, ich sage mal, im OP-Saal dann vor allem, wenn die Methode eben nicht funktioniert und man auf Vollnarkose oder Analogosidierung umswitchen muss, wenn man dem Patienten versprochen hat, dass es mit einer Monoblockkarte zum Beispiel funktioniert und verglichen mit der peripheren Nervenstimulation, der Landmarkentechnik oder dem transarteriellen Zugang, zum Beispiel für axilläre Plexusblockaden, gibt es hier auch eine ganz klare Risikoreduktion. Einmal, wenn man es betrachtet, ob der Block adäquat gesessen hat, gibt es hier eine deutlich verbesserte Odds-Ratio für die ultraschallgescheuerten Blockaden im Vergleich zu den oben genannten anderen. und bei der, wenn man sich es dahingehend untersucht, ob man eben additiv noch etwas nachgeben musste, also eine Vollnarkose, in eine Vollnarkose konvertieren musste oder eine Analogosidierung, dass hier das Risiko dafür deutlich geringer ist, wenn man eben Ultraschall verwendet. Also auch hier ein eindeutiger Haken dahinter. Und zumindest bei uns ist es so, dass wir relativ viele solcher OPs haben, wie es hier dargestellt ist, dass eben wir am Unterschenkel oder am Fuß solche Patienten operiert werden in einer Fußchirurgie, wo man eben eine Vollnarkose unbedingt vermeiden will, weil man sonst ein Intensivstationsbett braucht, weil es natürlich auch Komplikationen, die von längerer Bedeutung sind, für den Patienten haben kann und das Ganze drumherum einfach auch viel umständlicher ist und der einfachste Weg für solche Fuß-OPs eigentlich ist, dass wir den Nervus Ischardikus und den Nervus Aphenus blockieren. Und da will ich natürlich auch dann sicher sein, dass die Methode eben nicht versagt und ich mit meiner Funktion auch wirklich den Unterschenkel und den Fuß ausreichend betäubt habe. Und wenn Sie am Unterschenkel eine OP oder am Fuß eine OP haben mit einer Ischardikus-Blockade, Distal- und Nassaphenus-Blockade, ist alles taub, weil die Inervationsgebiete, wie hier farblich markiert, so erfolgen, die Inervation so erfolgt. Wichtig bei der Ischardikus-Blockade ist, dass Sie natürlich an der Bifurkation, dass Sie die Bifurkation darstellen, um eben beide Nerven, also den Peroneus und den Tibialis, zu identifizieren und keinen zu verpassen. Man täuscht sich da manchmal, wenn man nur den Tibialis im Blick hat, dass, wenn der relativ groß ist, kann man denken, dass das schon der gesamte Ischardikus ist. Also da immer auch hier die Region von unten nach oben abfahren, um die Bifurkation sicher darzustellen. Wir haben ein paar Körperschwendestudien durchgeführt und da ist bei der Präparation aufgefallen, dass auch der Ischardikus wahrscheinlich auch schon mit Femoral aus den beiden Nerven besteht, die einfach in einer gemeinsamen Hülle langlaufen und man natürlich eigentlich ja nicht in einen Nerv punktieren soll, um eine intraneurale Injektion zu vermeiden. Aber es gibt schon seit 1997 dieses Floca-Sheath, also diese Extraschicht, die um den Ischardikus vor allem gerade oberhalb der Bifurkation zu gut zu erkennen ist häufig, die eben die beiden Einzelnerven, Peroneus und Tibialis, umhüllt, die in den Publikationen immer unterschiedlichen Namen haben können, die hier rechts aufgeführt sind, dass man aber knapp oberhalb der Bifurkation eben durch dieses Paraneurium hindurch punktieren kann, um eben zwischen diese beiden Nerven zu punktieren und die dann problemlos auch umspülen zu können. Also wenn Sie Distal, den Nervus Ischardikus, punktieren wollen, haben Sie hier den Nervus, der sich jetzt, wenn Sie nach Distal gehen, sofort aufteilt, in links Tibialis und rechts Peroneus, nach oben hier wieder gerade bis zur Bifurkation rangehen und dann, wir sind ein Out-of-Plane-Klinik sozusagen, deswegen sieht man jetzt hier immer nur die Nadelspitze, dass man gerade an der Bifurkation in dieses Paraneurum reingeht und dann mit einem Stich die beiden Nerven voneinander trennt und wie so eine Acht entsteht und dann am Ende mit einem Stich hier das Lokalanästhetikum in dieser gemeinsamen Hülle ja auch verbleibt und damit beide Nerven komplett und unmittelbar betäubt werden, weil sie eben direkt umspült werden. Als wir das noch nicht so gemacht haben und das Lokalanästhetikum hier außenrum gespritzt haben, war es natürlich gelegentlich so, dass die Blockade vom Erdus Ischiaticus relativ lange gedauert hat und mit dieser Methode haben Sie eigentlich, und das ist auch jetzt vielfach erlaubt, dass man hier in den Ischiaticus sozusagen punktiert, aber eigentlich ja keine Intraneuralinjektion durchführt und somit hier eine deutlich schnellere Anschlagszeit auch hat und im Prinzip Einstich und dann das Volumen applizieren und das verteilt sich natürlich auch nicht nur nach links und rechts hier im Bild, sondern auch nach oben und unten am Patienten entlang und dann hat man eine sehr schnelle Anschlagszeit und auch immer 100% Erfolgsrate. Und der Nervo-Staphenus, für den es viele verschiedene Wege gibt, wie man den punktieren kann. Wir machen es immer so, dass wir den transsatoriellen Approach nehmen, das heißt mit Femoral, den die Arterie uns darstellen und dann liegt der Nerv wie oben in der Leiste lateral der Arterie. Das heißt, sie haben im Prinzip auch wieder Vene, Arterie und Nerv, wie oben in der Leiste und hier zu sehen, die Vene geht medial auf, dann kommt die Arterie und daneben sieht man jetzt bei dieser schlanken Person wieder auch den Nerv, den muss man gar nicht sehen. Was man sich darstellen muss, ist einmal natürlich die Arterie und die Faszie, die untere Form Musculus Sartorius, weil in diesem Kompartiment zwischen der Arterie und dem Musculus Sartorius hier drunter, also ventrolateral sozusagen, der Arterie liegt immer dieser Nervo-Staphenus. Sie sehen es hier in dem Anatomiebild mit dem Muskelast für diesen Vastus medialis und sobald Sie das hier so aufgehen sehen, die Faszie hochgehen, die Arterie wird so weggedrückt, haben Sie eigentlich auch immer 100% Erfolgsrate und auch hier natürlich, da ist ja auch nur ein sensibler Nervis, eine sehr schnelle Anschlagszeit. Also solange Sie die Arterie sehen und die Faszie darstellen können, die Arterie Femoralis Superfizialis, ist das eigentlich immer und einfach durchführbar und in diesen beiden Blockaden haben Sie eben bei solchen Patienten dann problemlos für alle OPs eine ausreichende Anästhesie gewährleistet und umgehen sehr, sehr viele Probleme, die die Vorerkrankung hier mit sich bringen, wenn Sie eine Vollnarkose einleiten würden und in der Regel jetzt bei Amputationen natürlich dann mit Katheterverfahren und auch ein häufiges Problem, die Patienten kommen ja häufig nicht nur einmal, sondern mehrfach für Wack-Wechselanlagen oder Rundrevisionen oder auch im Dienst solche offenen Sprunggelenksfrakturen, die mit einem Fixateur versorgt werden, müssen vom Unterschenkel über die Fußmittelknochen, dass Sie hier problemlos mit zwei Blockaden den Unterschenkel das OP-Gebiet betäuben und auch so einfache OPs wie Halux-Valgus gehen im Prinzip mit diesen beiden Blockaden. Wenn Sie keine Blutsperre am Oberschenkel natürlich brauchen, aber das ist wiederum der Vorteil von diesen recht kranken Patienten, da ist die Blutsperre sowieso untersagt, sodass man da eigentlich keine Sorge haben muss. Die letzte Komplikation sind die neurologischen Komplikationen, die ja im Prinzip das sind, was wir am meisten fürchten, also die primäre Sorge der regionalen Anästhesie. Man muss fairerweise aber sagen, dass das multifaktoriell ist. Also wir sind nicht immer schuld. Es gibt auch chirurgische Traumata durch Zug an den Nerven, natürlich auch die Blutsperre, je nachdem, wie lange sie angelegt ist und aufgepumpt ist und natürlich auch vorbestehende Nervenschädigungen und es ist abhängig davon auch, wo die periphere Nervenblockade durchgeführt wird, wie häufig dann neurologische Komplikationen zum Beispiel auftritt. Wenn man jetzt transiente Mononeuropathien, also das, was sozusagen in den ersten Tagen, Wochen auftritt, betrachtet, ist das relativ häufig sogar, aber die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit eben in drei Monaten rückläufig ist. Und in den allermeisten Arbeiten wird von permanenten Nervenschädigungen geredet, wenn das Ganze länger als sechs Monate anhält. Und hier ist eine ganz zufriedenstellende Nachricht auch, dass es ein sehr niedriges Risiko ist. Wir sind ja hier im niedrigsten Promillebereich, auch über viele Studien und schon vor der Ultraschall-Ära und wir dann jetzt natürlich gerne mit der Sonnografie, wenn das jetzt hinhauen würde, den heiligen Gral gefunden hätten, weil wir alle Komplikationen deutlich verbesserten würden und bei den neurologischen Komplikationen wäre das ja noch sehr viel wünschenswerter. Und 2015, in dieser Handlungsempfehlung der amerikanischen Gesellschaft ist allerdings das Statement gemacht worden, dass man eben keine Reduktion hiermit erreicht, um die neurologischen Komplikationen zu senken. Also doch nicht der heilige Gral leider, aber das Problem ist natürlich auch, wir kommen ja von einem sehr, sehr niedrigen Risiko und wenn Sie das nachweisen wollen, dass Sie dieses niedrige Risiko noch mehr minimieren, brauchen Sie natürlich eine unglaublich hohe Patientengruppenanzahl und das ist natürlich eine schwierige Studie, die so wahrscheinlich nicht durchgeführt wird und die Kollegen haben ja auch noch darauf hingewiesen, dass es aber natürlich auch immer darauf ankommt und das macht das natürlich auch sehr heterogen, wie gut die Anwände ausgebildet sind, wie gut die technischen Voraussetzungen sind und das lässt natürlich auch noch einen großen Einfluss darauf nehmen. Das nochmal grundsätzlich zur Sicherheit und Effektivität von der Ultraschallgesteuerten Regionalenästhesie. Sie müssen natürlich damit gut umgehen können und in dem Ganzen gut ausgebildet sein. Ich hatte es schon gesagt, die sonoanatomischen Kenntnisse sind natürlich essentiell. Sie müssen ja wissen, wo Sie was suchen, um zu gucken, was Sie auch betäuben wollen. Natürlich die Kenntnisse über Ihr Equipment und die Pharmakologie, das ist auch logisch. Und häufig scheitern manche, oder manche Blockaden scheitern ja auch daran, dass man vielleicht doch nicht den optimalen Patienten oder die optimale Indikation gestellt hat und man deswegen zum Beispiel dann zu einer Vollnarkose switchen muss. Vielleicht auch nicht der optimale Chirurg, der das Ganze operiert. Also viele Faktoren, die darauf einen Einfluss nehmen, ob das Ganze problemlos durchgeführt werden kann. Und jetzt hatten wir ja gesagt, neurologische Komplikationen klappt leider doch nicht. Aber dann ist tatsächlich diesen Monat diese Übersichtsarbeit rausgekommen. Also ein Review, der verglichen hat, oder der untersucht hat, das Risiko für neurologische Verletzungen, ob wieder der Einfluss des Ultraschalls ist. Und wir sind hier jetzt tatsächlich ungefähr in dem Bereich der Patientengröße, von der ich gerade gesprochen habe. Und man sieht hier, dass bei sechs Monaten, und das sind ja jetzt also zahlreiche Studien natürlich zusammengefasst, dass wir bei insgesamt 110.000 Patienten sind, also 73.000 oder 74.000 mit Ultraschall, 33.000 ohne. Und dass wir pro 1.000 Blockaden hier ein Risiko von 0,04 haben. Das ist ja ungefähr das, was beschrieben wurde. Aber ohne Ultraschall eine pro 1.000 Blockade eine neurologische Komplikation verursachen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, endlich hat es jemand untersucht und nachgewiesen. Allerdings haben die Kollegen sich jetzt nicht ganz klar festgelegt. Deswegen gibt es ja auch keinen P-Wert, weil ihr Ziel jetzt nicht war, das miteinander zu vergleichen, weil das natürlich auch sehr viele und sehr unterschiedliche Studien designt sind. und die hier explizit nochmal erwähnen, dass es nicht darum geht, die beiden zu vergleichen, sondern eben das aufzulisten, was es für Risiken gibt. Und wir da jetzt keine glockenklare Aussage zu haben, aber ich sage mal, die Zahlen sprechen, glaube ich, einigermaßen für sich. Und wo sie sich dann doch, oder wo es dann doch möglich war, das Ganze auch statistisch herauszulesen, ist, dass bei der interskalinären Plexusblockade, das ist bei diesem Review auch rausgekommen, das ist die Blockade, wo am häufigsten die neurologischen Komplikationen eben passieren, weil das natürlich eine topografische Anatomie, natürlich auch die Nerven werden ja wohl in Arabler, je näher sie am Myelon sind und in der interskalinären Lücke sind sie ja direkt aus dem Myelon gerade entbüchen, das heißt, wenn sie da den Nerv verletzen, haben sie das Risiko für eine Komplikation sehr viel höher. Und insgesamt sind eben diese neurologischen Komplikationen bei der interskalinären Plexusblockade am häufigsten aufgetreten und hier ist jetzt dann doch ein signifikanter Unterschied nachweisbar zwischen den Blockaden, die mit Ultraschall angelegt wurden und denen, die ohne Ultraschall angelegt wurden und mit Ultraschall war es eben signifikant niedriger, sodass man vielleicht doch sagen können, dass wir jetzt tatsächlich mit der Sonografie für die Regionalanästhesie den Heiligen gefunden haben. Also zusammenfassend, was die Komplikationen angeht, einmal die Gefäßpunktion, die Lokalanästhetika Intoxikation, dass sich Atembeschwerden oder respiratorische Komplikationen, kann man überall einen Haken hinsetzen, bei der Nervenschädigung nicht hundertprozentig, aber dann doch irgendwie, vielleicht gibt es da noch andere Daten in Zukunft, die das nochmal noch expliziter untermauern, aber ich denke, eigentlich ist es schon relativ gut untersucht. Ich habe jetzt die Ergebnisse auch hier von der Frage, wie oft sie welche Komplikationen schon gehabt haben, mit klinisch relevanter Konsequenz, tatsächlich mit 44% Gefäßpunktion, die Lokalanästhetika Intoxikation in 5% schon gesehen von ihnen, vorübergehende Lähmung benachbarter Nerven in fast der Hälfte, 46%, Pneumothorax auch sehr selten mit nur 8% von ihnen schon mal begegnet ist und Versagen der Methode mit 74% als natürlich häufigstes Problem und Nerven Schädigungen tatsächlich 13% von ihnen haben gesagt, dass sie das schon mal gesehen haben. Insgesamt haben, wenn ich das richtig sehe, Kollegen abgestimmt. Aber da ist ja sogar noch mehr. Wir haben jetzt sehr viele Komplikationen, die wir verringern konnten mit der Sonografie, was aber jetzt hier gar nicht mit reingespielt hat. Bei der Spinal- und Periduralanästhesie kann man den Ultraschall auch nutzen, um die Wirbelkörperhebe zu sehen, um die Funktion auch zu planen und es gibt einige Hinweise, dass man hier eine verbesserte Erfolgsrate hat. Sie können auch viel leichter Einzelnervenblockaden durchführen mit Ultraschall. Zum Beispiel wir hatten Mittelhandknochen, eine K-Drahtentfernung mit einfach einer Ulnaris-Blockade oder fast alle kleinen Finger OPs sind mit einer einfachen Ulnaris-Blockade durchführbar, wenn keine Blutsperre notwendig ist. Das ist mit Ultraschall sehr viel einfacher. Der K-Dranästhesie- Verfahren bei Kindern hat, denke ich, auch einen ganz großen Sprung gemacht, weil sie ja viel sicherer sind, weil sie die Strukturen gut sehen, weil sie die Komplikationen eben auch verringern können, aber auch zum Beispiel die Kaudalanästhesie, die Ultraschall gesteuert möglich ist, also sehr viele Möglichkeiten, die einem dadurch einfach gegeben werden und auch die ganzen Faszien-Blockaden, wo ja gefühlt jedes Jahr irgendwie eine neue rauskommt, sind teilweise auch überhaupt erst durch den Ultraschall möglich und wenn es sie wie die Tab-Blockade vielleicht auch schon früher gab, werden jetzt aber, denke ich, auch viel häufiger wieder angewendet und haben die großen Vorteile, dass man in der Regel ja nur die sensiblen Endäste betäubt und damit das Ganze dann auch wieder etwas, ich sag mal, zielgerichteter gestaltet und dann meistens keine motorische Blockade wie zum Beispiel auch beim Peng-Block für die Hüftchirurgie auslöst und das verhindert und weil man eben auch nur die sensiblen Endäste, die durch diese Faszien-Schicht gehen, betäubt, dann auch keine kritischen Nervenstrukturen im Punktionsbereich hat und damit auch vielleicht gar nicht in die Verlegenheit kommt, neurologische Komplikationen auszulösen. Also deshalb würde ich jetzt sagen, dass wir am Ende jetzt auf jeden Fall sagen können, dass die Regionalanästhesie, die Sonographie, die Regionalanästhesie auf jeden Fall sicherer macht und wir damit das alles mit Ja beantworten können und ich auf jeden Fall diesen Daumen hoch auch jetzt, ich hoffe, evidenzbasiert so belasten kann. Ich würde gerne noch, weil wir jetzt eigentlich nur über periphere Nervenblockade gesprochen haben, kurz was zu den Nervenkathetern sagen, weil wir da oder weil mir es auch ein Anliegen ist in unserer Forschungsgruppe hier, dass wir eben auch mit der Sonographie die Nervenkatheteranlage optimieren können und da wollte ich Ihnen nur kurz ein paar Daten und Gedanken vorstellen und auch nochmal fragen, wie Sie das machen. Die normale konventionelle Anlagetechnik, die überall in der Regel beschrieben ist, ist ja, dass man nach Punktion und Umschulung der Nervenstruktur den Katheter blind vorschiebt und dann davon ausgeht, dass er dann auch in dem Depot und damit am Nerven verbleibt und damit im Zielgebiet verbleibt. Man muss natürlich sagen, die Lage der Katheterspitze, wo in der Regel das Lokal-Asthetikum rauskommt, ist ja entscheidend und Fehllagen haben natürlich das Problem, dass man einmal eine unzureichende Analgesie haben kann, aber auch vielleicht andere Strukturen betäubt, wie das Horner-Syndrom bei der Schulterchirurgie oder dass Patienten, die einen interskalineeren Plextus-Katheter bekommen haben, die Hand betäubt ist, aber die Schulter noch sensibel und dann entsprechend wehtut oder halt im schlimmsten Fall auch Nervenschäden. Und Lagebestimmung von Nervenkatheterspitzen gibt es einige Ansätze, die hier aufgelistet sind. Die Neurostimulation via Nervenkatheter, das wäre ja gefühlt wieder ein Rückschritt zur Nervenstimulation. 3D-sonographische Darstellung von Nervenkathetern, da brauche ich in der Regel auch ein entsprechendes Sonografiegerät. Es gibt einige spezielle Fabrikate, wie man das dann anlegen kann und damit vermeintlich besser. Da brauche ich aber natürlich wieder Dielfabrikate oder dass man tatsächlich über den Katheter Luft- oder geschütteltes Lokalanästhetikum, also mit Luft zersetztes Lokalanästhetikum spritzt und dann die Darstellung der Luft im Gewebe erkennen kann und damit die Spitze visualisiert, aber dann habe ich mir natürlich das Bild verbaut und kann keine Korrektur mehr durchführen. Oder dass ich den Führungsdraht hin und her bewege und den Farbdoppler sonographisch darstelle, aber wenn der Katheter dann im Nerv läge, stelle ich mir vor, dass es da doch zu Nervenschädigungen kommen kann. Was viele machen und was bei der von uns jetzt untersuchten Methode auch immer eine Rolle spielt, ist natürlich, wie verteilt sich das, was ich reinspritze, verteilt sich das um den Nerv, also die Hydrolokalisation und was es auch noch beschrieben gibt, ist die Farbdoppler sonographische Darstellung, das heißt, ich spritze etwas und am Ende des Katheters kommt eben, so haben es die Kollegen Dion Ghanapathy hier genannt, dieses Medley of Colors raus, also das ist jetzt hier eine infraklavikuläre Blockade, hier ist die Arteria subclavia und daneben hier ist die Vena subclavia, Entschuldigung, hier die Arteria subclavia und dann kommt hier entsprechend das Kathetersignal raus. Und dann weiß ich, dass hier die Katheterspitze liegt. Und hier würde mich noch einmal kurz interessieren, ob Sie die Lage der Nervenkatheterspitze in irgendeiner Form kontrollieren und die genannten Methoden sind hier aufgelistet, ob Sie da die eine oder andere Methode entsprechend durchführen oder ob Sie vielleicht auch keine Kontrolle durchführen. Ob Sie hier einmal für abstimmen könnten. Denn das Problem ist, die Fehllagen können tatsächlich auch und dann dreht sich bei so Komplikationen, wie Sie sehen, ganz häufig um die Interscaldinären Plexus-Katheter. Im schlimmsten Fall hat man den Katheter ja auch teilweise fünf Zentimeter vorgeschoben oder am Hals in fünf Zentimeter natürlich eine große Strecke, wo Sie ja fast auf die andere Körperseite rüberkommen. Also in der Stelle wäre es natürlich wichtig zu wissen, wo ist meine Katheterspitze jetzt eigentlich gelandet und wenn ich sie eben nicht sehe, dass ich dann vielleicht das Ganze zurückziehe, um eben solche Komplikationen, die ja teils lebensbedrohliche Folgen haben, eben zu vermeiden. Also die klassische Empfehlung ist, zwei bis fünf Zentimeter je nach Körperregion das vorzuschieben. Eine generelle Empfehlung zur Lagekolle gibt es eigentlich nicht und wir haben uns eine Methode überlegt, die eben nur durch die Sonografie möglich ist und weswegen ich sie deshalb kurz vorstellen wollte und wir haben das Ende der Umfrage und 43 Prozent führen keine Kontrolle durch und die Hydrolokalisationen würden auch von 43 Prozent durchgeführt. Drei Prozent indizieren geschütteltes Lokalanesthetikum und elf Prozent haben Neurostimulation wie ein Nervenkatheter. Also wie würde unsere Methode aussehen. Wir führen eine sonografisch gesteuerte Nadelführung an den Nerv heran und dann indizieren wir das Lokalanesthetikadepot dann wird der Katheter drei Zentimeter am Hals nur so lange bis eben Widerstand zu spüren ist, aber maximal drei Zentimeter vorgeschoben und dann würden wir die Position der Nervenkatheter Spitze natürlich etwas weiter distal ahnen und dann dort Nazel injizieren und schauen wo eben dieses Medley of Colors entsteht. Wenn das in der Zielnervenregion ist, dann wird der Katheter fixiert und wenn eben nicht, würden wir ihn 0,5 Zentimeter zurückziehen so lange bis er eben an der Zielposition ist und häufig gerade am Hals ist es eben so, dass die Katheter zu weit distal liegen und dann eben nicht an der Zielnervenregion und dann natürlich die Fixierung erst am Ende. Ich will Ihnen das einmal kurz zeigen, worauf wir hinaus wollen. Wir haben eine Plexus Brachialis Blockade Interscalineer. Die initiale Katheterlage hier ist der Katheter schon im Körperspender, deswegen Sie das Bild ein bisschen gruselig aus. Sie sehen hier in der Mitte den Plexus Brachialis, hier ist lateral, hier ist medial und haben den Katheter wie gesagt schon in situ und wenn jetzt über den Katheter injiziert wird, sieht man, wie hier die Hydrolekalisation positiv ist. Man kriegt da natürlich nur ein Gefühl dafür, wenn man das selber injiziert, aber man sieht dieses Farbdoppler Signal hier unten anfangen und dann langsam nach oben fortlaufen, sodass man das Gefühl hat, dass der Katheter eigentlich hier unten ist und das Ganze nur nach oben läuft. Und dieser Weg ist natürlich auch nur deshalb offen, weil ich da ja gerade Lokalanästhetiker injiziert habe und es natürlich sein kann, wenn das reserviert ist, dass meine Katheterspitze hier unten verweilt und nur die unteren Plexusanteile betäubt, während ich hier oben C5 und C6 nicht mehr erreiche, weil ich natürlich mit dem Katheter nicht so großen Druck aufbringen kann. Also haben wir zurückgezogen und dann das Ganze nochmal durchgeführt. Jetzt haben wir hier den Plexus und hier C5 und C6 und dann hier entsprechend das gewünschte Medley of Colors und damit jetzt die erfolgreiche Kontrolle und Lagekorrektur vor allem auch von dem Nervenkatheter. Wir haben das an fixierten Körperspendern durchgeführt, immer eine Seite konventionell, eine mit Doppler, das Ganze dann mit in situ liegenden Kathetern frei präpariert, sodass man hier zum Beispiel sehen kann im Detailausschnitt, hier ist die Clavicula, hier ist der Sternocleidomast Videus und mit dem gelben Stern der Plexus Barchialis markiert und hier geht der Katheter Laterales Plexus Barchialis eben an den Plexus ran und kann hier entsprechend die gewünschte Position auch tatsächlich erreichen, während das jetzt eine konventionelle Anlage ist, wo der Katheter einfach hier eben diese klassischen zwei, drei Zentimeter, die man zu weit oder gefühlt immer zu weit vorschiebt, er einfach hier in den untersten Trunkus hier reingeht, also wir gucken jetzt hier von vorne auf den Hals und die Clavicula ist hier weg, hier ist die Arteria so Clavia, Trunkus Superior, Medius und Inferior und hier kommt von der Halsseite der Katheter und geht hier einfach in den inferioren Trunkus und das wäre so ein klassischer Patient, wo die Hand taub ist und die Schulter entsprechend wehtut, obwohl der Katheter vor der OP interskaliner platziert wurde. Wir haben das Ganze dann auch bei unfixierten Körperspendern durchgeführt, auf der rechten Seite farbdoppler sonographisch, man zieht auf die rechte Körperseite vom ventrolateral dann über den Katheter Farbe injiziert, um zu gucken, wie sich das verteilt. Hier läuft der Plexus unter der Clavicula durch, hier ist die Arterie, hier ist die Vene und hier eine schöne blaue Anfärbung am Plexus barialis und auf der anderen Seite nur so ein etwas bläulicher Schimmer interskalinär und hier infraklavikulär hätten wahrscheinlich auch irgendwie gewirkt, aber ich glaube, der Unterschied ist deutlich, dass man farbdoppler sonographisch da eben eine bessere Lagekontrolle hinbekommt und das Ganze auch optimieren kann. Nicht zuletzt haben wir es dann beim Schwein auch noch durchgeführt, Femoralis, Ischardicus und Brachialis und das Ganze dann histologisch untersucht und hier jetzt der Nerv, die Arterie, die Vene und hier ist der Katheter auch schon in situ, hier sieht man die Farbdoppler Kontrolle, dann hier so ein makroskopischer Schnitt, von dem Gebiet, was wir dann am Ende en bloc resiziert haben und auch hier die Farbe direkt um den Nerv neben der Arterie und auch histologisch hier das Grün, was indiziert wurde, über den Katheter direkt um den Nerv sich verteilt und man hier auch eine optimale Lage erzeugen kann. Bisherige Studienergebnisse zeigen eigentlich eindeutig, dass man eben in einer maximalen Anzahl die Übereinstimmung zwischen der Sonographie und der Makroskopie, dass das tatsächlich auch so ist. Das klingt trivial, aber das muss man ja auch irgendwie erstmal sozusagen beweisen, dass das Doppler-Signal wirklich dann auch da ist, wo man das sono-anatomisch vermutet oder nachgewiesen hat, dass es dann makroskopisch auch wirklich da ist. Das ist in 95,3% der Fall gewesen. Das liegt das liegt daran, dass man bei den konventionellen nicht immer ein Doppler-Signal hinbekommt, weil der Katheter vielleicht irgendwo hingeschoben wurde und er ja dann nicht korrigiert wurde. Aber bei den Doppler-Gesteuerten hat man natürlich immer die Kontrolle und 100% Übereinstimmung und sogar histologisch, also das heißt, dass wirklich die Farbe direkt am Nerv ist beziehungsweise man es in der Sonographie vermutet, dass es im Muskel ist und histologisch schon auch im Muskel in 78% der Fälle eine direkte Übereinstimmung, also sozusagen auf histologischer Ebene sogar und eine optimale Lage, das heißt wirklich optimal im Sinne von genau da, wo wir es haben wollen, liegt es auch im Sinne von, dass es vielleicht ein Zentimeter korrigiert wurde, was klinisch eventuell ja gar keinen Unterschied macht, aber hier ein deutlicher Unterschied der konventionellen und der Farb-Doppler- sonographischen Methode. Sodass ich auch das grundsätzlich empfehlen würde, durchzuführen, weil man eben eine anatomisch korrekte Lokalisation der Nervenkatheterspitze erreicht und damit auch eine höhere Erfolgsrate im Sinne von, dass ich den Katheter an die Zielnervenregion näher heranführen kann als mit der konventionellen Methode, beziehungsweise das Ganze häufiger durchführen kann. Fairerweise muss man sagen, ob das jetzt klinisch wirklich eine Relevanz haben wird, ist natürlich Thema von Folgestudien, die jetzt gerade laufen, aber es, ich sage mal, sieht gut aus und wir machen es klinisch eigentlich auch immer so und haben damit relativ gute Ergebnisse. Und damit hoffe ich, dass ich Sie davon überzeugt habe, wenn das noch nötig war, den Ultraschall für die Regionalanästhesie zu verwenden, da er, glaube ich, die Regionalanästhesie sicherer macht. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen noch zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Büttner, für diesen tollen und interessanten Vortrag. In den zwölf Jahren, die ich jetzt fast bei der Firma Payung bin, hat sich einiges getan mit der Ultraschalltechnik und ich glaube, die ist auch heute gar nicht mehr wegzudenken. Kommen wir nun zu den Fragen aus der F&A-Funktion. Ich lese mal die erste vor. Wie handhaben Sie die Hygiene des Schallkopfes bei Single-Shot-Blockaden beziehungsweise Katheter-Verfahren? Ich denke, dass wir da der Empfehlung von der DGI auch folgen, dass wir für Single-Shot-Blockaden den Schallkopf, die Hände des Anwenders sozusagen, dass die steril bedeckt sind, also eine Schallkopfhülle und sterile Handschuhe und natürlich Mundschutz und Haube logischerweise, aber keine Kittel und auch kein Lochtuch, sondern das ist eine einfache Desinfektion des Gebietes, des Funktionsgebietes ausreicht und man dann in diesem desinfizierten Gebiet einfach punktiert und das Ganze, wie gesagt, ohne Lochtuch und damit folgen wir meinstens auch diesen zehn Geboten der DGI und bei den Nervenkatheteranlagen ist es im Prinzip wie bei einem zentralen Wegenkatheter, also Lochtuch, Kittel, sterile Handschuhe und auch die entsprechende Desinfektion über zehn Minuten oder zwei Minuten, je nachdem, was sie von Desinfektionsmitteln haben. Gut, die nächste Frage, eine Anmerkung, die man leider nicht auf allen Regionalansthesiekursen hört, bei Inplane-Punktionen des Interskalinären Plexus durch den Musculus Galenus Medius sind unbedingt Nervus Dorsalis Scapulae und Nervus Thoracicus Longus darzustellen und eine akzidentielle Punktion zu vermeiden. Sieht man diese Nerven nicht, ist auch eine Inplane-Punktion zu verzichten und eine Out-of-plane-Punktion zu bevorzugen, die in der Regel nach den Vorteil hat, dass man das Lokalanästhetika eher in peripherer Richtung injiziert. Dem würde ich so zustimmen, wobei ich sagen muss, dass ich eindeutig ein Out-of-plane-Regalanästhesist bin, weil ich es so schneller und besser kann und eigentlich nur ganz wenige Blockaden Inplane durchführe und die gehört auf jeden Fall nicht dazu, vor allem auch, weil ich glaube, aber das ist auch wieder nur meine Meinung, wenn man eben, wie der Kollege oder die Kollegin auch sagt, dass man in die periphere Richtung das Lokalanästhetikum injiziert, glaube ich auch, dass man dann den Katheter eben in diese Richtung vorschiebt und eben nicht senkrecht auf die Nervenstruktur, weil man Nerven ja in der Regel in der kurzen Achse schallt, dass man eben, wenn man Out-of-plane-Punktiert, dann auch den Katheter entlang der Nerven vorschiebt und damit glaube ich auch eine höhere Erfolgsrate hat, dass der Katheter da liegen bleibt, wo er liegen soll, nämlich am Nerv und nicht einfach senkrecht drüber hinweggeschoben wird. Aber sonst kann ich dem jetzt nur zustimmen natürlich. Okay. Die nächste Frage, wie oder mit was fixieren Sie in Göttingen die Katheter? Das ist eine etwas, ich glaube, eigene Methode. Wir haben an den Braunülenpflastern wie so Steristrips, also so große Steristrips, die man eigentlich an den IV-Zugängen, links und rechts auf die Flügel positioniert. Die nehmen wir und bilden sozusagen um den Katheter eine Fahne, also dass wir einfach die Klebeflächen um den Katheter schlingen und aneinander kleben und dann diese Fahne annähen. Einmal mit einem Stich um den Katheter durch die Fahne und so feste zuziehen, wie es geht. Eine Obstruktion ist mir da noch nie untergekommen, weil natürlich ein bisschen Gewebe des Patienten mit dazwischen ist, aber auch diese Steristrip-Fahne, wie ich es mal nennen, mit dazwischen ist und dann nähen wir die Fahne noch mal separat selber an, ohne den Katheter zu umschlingen. Also wir nähen an und fixieren das mit der, mit dieser Fahne sozusagen. Das hat natürlich, es gibt ja auch von der Firma Pajunk-Pflaster. Wir sind aber zumindest im Akutschmerz so, dass wir bei den, dass wir die Verbände am ersten Tag wechseln und wir haben leider häufig auch chirurgische Kollegen, die das jetzt gerade für Schulter-OPs zum Beispiel beim Interskalinären Katheter die noch mal mit abwaschen und da ist so ein Pflaster natürlich ungeeignet, das heißt, die müssen fest angenäht sein, sodass sie das Abwaschen überstehen und natürlich auch die nächsten Tage, deswegen nähen wir die an und haben damit eigentlich auch relativ gute Dislokationsraten. Falls das unverständlich war, wie wir die annähen, einfach mir eine E-Mail schreiben, dann schicke ich mal ein Bild, wie wir das machen. Okay. Die nächste Frage. Farbdoppler-gesteuerte Katheterkontrolle mit NACL 0,9% oder mit Glucose 5% Sie erwähnten beides. Also die, wir machen das immer mit Natrium Chlorid, also Kochsalzlösung, wenn wir, wenn ich das Set steril mir vorbereitet, sich immer eine Zehnerspritze Kochsalz auf und würde damit dann die Farbdoppler-Kontrolle machen. Das G5% war in der Studie, ja von 2009 war, wo die auch noch peripheren Nervenstimulationen benutzt haben oder es aus irgendwelchen anderen Gründen noch genutzt haben. Also im Prinzip ist es egal. Man kann die Rutsch auch einfach Lokalanästhetikum indizieren. Alles, was indiziert werden darf, verursacht das Doppler-Signal. Also es geht eigentlich nur darum, dass man jetzt nicht Unmengen an zusätzlichem Lokalanästhetikum indiziert. Ob man jetzt G5 oder Kochsalzlösung nimmt, ist egal. Zumindest für das Verfahren, so wie es beschrieben wurde. Jetzt eine Frage von einem Herrn, den ich von hier aus auch sehr gerne grüße. Auch bei Singleshot-Blockade zusätzlich eine Farbdopple-US-Kontrolle während oder nach Lokalinjektion durchführen? Eigentlich brauchen sie es ja nicht, wenn sie die Nadelspitze oder die Nadel selber in Plane gut sehen, dann sehen sie auch immer direkt davor die Hydrolokalisation und damit haben sie eine direkte Kontrolle, wie sich das Lokalanästhetikum verteilt. Eigentlich braucht man es nicht. Es gibt, ich sage mal, bei sehr adipösen Beinen, wo man den Nervus Ischadicus in sechs Zentimeter Tiefe vielleicht nur sieht und vermutet und auch das indizierte Lokalanästhetikum nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Da kann man das mal machen, aber auf jeden Fall nicht die Regel. Eigentlich mache ich es nur sehr, sehr selten, weil wenn man die Spitze sieht und davor kommt direkt das Lokalanästhetikum zum Vorschein, dann brauchen wir es eigentlich nicht. Eine weitere Frage, Ambulantisierung, Frühmobilisation, Delirprophylaxe, LIA etc. Welche Zukunft haben Schmerzkatheter von Hochkomplex Orthopädie, Chirurgie mit geplanten multiplen Revisionseingriffen mal abgesehen? Das ist eine gute Frage, weil wir auch natürlich mit einigen Adjuvantien eine Wirkverlängerung erzeugen können, sodass wir auch etwas bei den Katheteranlagen, zumindest bei den unterschiedlichen OPs, die teilweise nicht mehr durchführen, weil die einfach nach zwei Tagen entlassen werden und das macht vom Prozess her nicht besonders viel Sinn, den Katheter anzulegen und dann am Folgetag glaube ich auch schon wieder den Ausfluss versucht, beziehungsweise die Entfernung zu planen. Für die großen orthopädischen Eingriffe, das zieht da wahrscheinlich auch auf die Knie-Tab ab, da ist es natürlich unterschiedlich, je nachdem, was sie für Operateure haben, beziehungsweise wie auch die postoperative Mobilisation ist. Wir sind hier in Göttingen, was das angeht, jetzt nicht so, dass die Patienten, weil sie vielleicht auch etwas morbider sind als in anderen Zentren oder in anderen orthopädischen Zentren, dass die Patienten jetzt nicht am ersten Tag schon über den Gang laufen sollen, das heißt, die liegen in der Regel bis die Wunddrainagen entfernt sind sowieso im Bett und sollen dann natürlich weitestgehend schmerzfrei sein und da haben meines Erachtens die Katheter oder die Katheter, so wie wir sie machen, also wir haben da Saphenus- und Ischadicus-Katheter für die Knie-Tab-Anlagen noch einen hohen Stellenwert, das kommt aber natürlich darauf an, was sie für Patienten haben, es gibt ja auch junge Patienten, die sofort am ersten Tag aufstehen sollen und wollen und auch vielleicht Schmerzen dafür in Kauf nehmen, um möglichst schnell entlassen zu werden, aber ich bin mir da auch unsicher, wie lange Katheter da noch eine große Rolle spielen, vor allem wenn ja jetzt auch der Kostendruck immer größer wird den Patienten auch möglichst früh entlassen werden sollen, also wie gesagt, wir haben viele OPs, auch zum Beispiel jetzt Kreuzbandplastin haben wir früher mal Femoraliskatheter gemacht, weil die Patienten meistens ja sehr jung und dann auch häufig sehr, sehr schmerzgeplagt sind, um dem entgegen zu wirken, aber mittlerweile soll der Eingriff ambulant durchgeführt werden, da braucht natürlich niemanden Nervenkatheter, da sind wir dann auch nur noch beim Femoralis-Block gelandet. Und die großen Orthopädie-Eingriffe, ja, es kommt halt auf der Setting drumherum an, auch wie die Physiotherapie da die Patienten bearbeitet, weil wenn da auch nichts passiert, die ersten zwei Tage im Sinne von ausstehen, dann kann man, denke ich, auch mit Kathetern dem Patienten sehr viel Gutes tun. Misora schwört auf Dual Guidance. Wie halten Sie es? Lassen Sie standardmäßig einen Stimulator mitlaufen? Nein, ich, ich, also, ohne jetzt, beziehungsweise Misora ist auch natürlich eine hervorragende Seite, beziehungsweise Vereinigung, die da sehr viel auch für Regionalanästhesie macht und ich glaube auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, aber ich, also man sieht ja die Nervenstrukturen und ich sehe die Nadel und ich brauche eigentlich jetzt nicht die motorische Antwort dafür, um zu wissen, was ich jetzt da sozusagen betäube, deswegen habe ich ausschließlich die Nervenstimulation bei der anterioren Ischadikus-Blockade, weil da eben der Nerv teilweise natürlich irgendwie zehn Zentimeter tief liegt und man dann oft die richtige Stelle vermutet, aber ob das jetzt wirklich der Nervus Ischadikus in der Tiefe da ist mit einem Curved Curved Kopf oder nicht und da geht es ja auch oft um Knie-Tab-Patienten, die dann schmerzfrei sein sollen, da nehme ich dann die Nervenstimulation auch mit zu, aber das ist wirklich der einzige Block oder die einzige Katheteranlage, wo ich die Nervenstimulation nutze, ansonsten bilde ich mir ein, dass es mit Sonographie immer gut geht und wenn man sich, wie gesagt, die Zeit nimmt, vorher das ausreichend zu untersuchen, dass man weiß, wo die Strukturen sind und dann auch entsprechend die Zielregion eindeutig ausmachen kann. Gut. Ich habe keine weiteren offenen Fragen mehr. Ich sage ja auch im Namen der Firma Payung und den Teilnehmern ganz recht herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und auch für diesen tollen Vortrag. Noch was in eigener Sache. Die Webinare wurden natürlich aufgezeichnet, wie alle anderen Webinare auch in der Vergangenheit und in wenigen Tagen werden diese Webinare auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube Kanal zu finden sein. Dafür brauchen Sie nur in die Suchleiste die Begriffe Payung und Webinar eingeben, entweder in Ihrem Explorer oder bei YouTube und dann werden Ihnen die entsprechenden Verlinkungen angezeigt. Auch im nächsten Jahr wird es weitergehen mit den Webinaren. Wir starten dann am 5. Februar um die gewohnte Zeit wieder um 19 Uhr. Referent und auch das Thema sind noch nicht benannt, aber es wird bestimmt wieder spannend werden. Ich danke allen Teilnehmern und wünsche Ihnen und Ihren Familien auch im Namen der Firma Payung ein paar schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Nur das Beste. Dann sind wir jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen. Vielen Dank, Herr Dr. Büttner. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.